Ja, hier ist der Jens, hallo. So, ich muss da rüber zu der Tankstelle jetzt rollen, weil die hier keinen Lkw haben. Also mache ich das. Roll ich da mal langsam hin und dann sehen wir weiter. Bis jetzt siehts alles, die haben mich noch nicht gefragt, wie ich bezahlen will. Ich sag's auch nicht. Ich sag's auch nicht. Ja, es ist jetzt every hour on the hour und ich versuche mit Paleolo Kontakt aufzunehmen. Das gab's noch nicht so gut. Ich hab schon welche gehört, aber die mich nicht. Paleolo, das ist Delta Echo, Tango, Foxtrot, Foxtrot, how do you read? Delta Echo, Tango, Foxtrot, Foxtrot, read you five, go ahead. Delta Echo, Tango, Foxtrot, Foxtrot, report op normal. Estimated time at Istort will be 0032. Maintaining flight level 130. Delta Echo, Tango, Tango, Foxtrot, roger es start. So, I live one POB. Delta Echo, Tango, Foxtrot, Foxrot, roger, report again. Estimated time at Istort. Delta Echo, Tango, Foxtrot, roger, report again at Istort. Delta Foxtrot, train at Istort. Ja, hallo, da bin ich wieder. Diesmal mit einer anderen Kameraperspektive, ich muss ja mal was Neues ausprobieren, diesmal von der Seite. Also, hier habe ich mein iPad, hier habe ich all diese Sachen, da kann ich das alles, was die GoPro betrifft, hier. Von daher, alles okay soweit. Kann ich das mal zur Seite legen, ich müsste eigentlich noch 25 Minuten Film drauf haben. Und dann schauen wir mal, was das hier so sagt, das Ding, ich habe ja hier noch eine Kamera, die zeigt mir das gleiche an, wie das, was ich sehe. Da vorne geht es dann jetzt wieder in die Wolken rein, das kann passieren, dass wir die kurz bis Paleolo haben. Wird vielleicht im Aruna Slide tun, aber mir gefällt diese Ansicht besser. Wir sehen richtig, was ist, man kann zwar die ganzen Anzeigen nicht erkennen, aber ich denke, das ist für einen normalen Zuschauer, der kein Pilot ist, dass sie einfach besser suchen. Ja, ich bin gerade angefunkt worden und sie haben mir gesagt, expect VOR DB runway 08. Da ich mich jetzt schon gut vorbereite, das passt alles soweit. So, da man ja jetzt draußen gerade nicht so viel sehen kann, zeige ich euch mal was. Wer kommt von hier unten und das ist ein DMI Arc, das ist ein Abschnitt, so ein Kreis, Bogen. Dann fange ich ein, auf da fliege ich den Bogen, den Bogen, den Bogen, bis ich in Richtung vom Final komme und dann drehe ich rechts auf das VOA zu. Und das liegt genau in der anderen Richtung und dann lande ich. So sieht es aus, muss also jetzt von hier unten. Mal gucken. Da ist noch etwas weiter weg. Das Schöne ist hier, wenn die anfangen mit Delta, weiß ich schon, dass ich gemeint bin. Ich muss auf die anderen Buchstaben nicht mehr hören. Ja, Samoa, ich komme, Western Samoa, ehemalig Deutsch Samoa. Das ist heute nicht so der richtige Leipzig-Pflug, dass wir jetzt hier Mords was sehen. Und ja. Delta Ego Tango, FOXDOT, FOXDOT, estimate at Aroxa will be 0, 1, 1, 8. Delta FOXDOT, FOXDOT, roger, Aroxa 0, 1, 1, 8. Affirm, Delta FOXDOT. FOXDOT, FOXDOT, conditions Faliolo, wind 0, 7, 0 degrees at 1, 8 north. Visibility, 1, 0 km. I say again, to the west, 2, 0 km. To the east, 8,000 m. Reducing and approaching rain showers. Clouds scattered 1,400. Broken at 2,000. Overcast at 4,000. Temperature 27 with QNH 1009. Delta FOXDOT, runway 08, QNH 1009. 1,000. So, jetzt drangen wir diesen ARC ein. Lassen wir ihn jetzt schön abfliegen können. Delta FOXDOT, FOXDOT, established DMV ARC 12. Delta FOXDOT, FOXDOT, roger, report established inbound. Delta FOXDOT, FOXDOT, will report established inbound. Delta FOXDOT, FOXDOT, established inbound, runway 08. 07, 07 knots, runway 08, cleared to land. Runway 08, cleared to land, Delta FOXDOT. So, jetzt Terminal zu landen. Verweisen bei Rode Paas. Minimums, Minimums Minimums, runway side-cutting gearing visually Speed check, flaps two Three, two, three Four, four, four Five, four Four, five Untertitelung des ZDF für funk, 2017